Sicherheit ist für uns mehr als nur ein Wort. Sicherheit, das bedeutet füreinander da sein. So geschützt kannst du über dich hinauswachsen. Wenn du Neues wagst und Halt brauchst, vertraue und dein Ziel ist zum Greifen nah. Genau dann, wenn es drauf ankommt, wenn ein Detail entscheidet und ein kleiner Augenblick große Wirkung zeigt. Dann spürst du, wie wertvoll es ist, wenn dir jemand zur Seite steht, der dir hilft, für dich da ist und dir das Gefühl gibt, geborgen zu sein, in Sicherheit. So schöpfst du neue Energie, nimmst die entscheidenden Meter bis zum Gipfel und schaffst etwas Einzigartiges. Inter. Denn das Wertvollste für uns ist Sicherheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017